Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Jonas R Kanal. Heute soll sich mal wieder alles um das Thema passives Einkommen mit Crowd bzw. E-Growing drehen. Genauer genommen geht es heute um das Projekt CannaGrow. Wir werden also gemeinsam herausfinden, was es damit auf sich hat, wie seriös das Ganze eigentlich ist und natürlich auch welche Renditen einem hier versprochen werden. Solltest du übrigens noch keine Ahnung haben, was Crowd oder E-Growing überhaupt sein soll, dann musst du dir natürlich auch gar keine Sorgen machen, denn das werden wir jetzt am Anfang des Videos auch nochmal kurz klären und dafür würde ich sagen, wechseln wir einmal rüber auf die Website von CannaGrow. Wenn man nach der CannaGrow Website sucht, stößt man wahrscheinlich als allererstes auf die CannaGrow.org Seite und hier wird eigentlich auch schon ziemlich gut beschrieben, wie das ganze Crowd bzw. E-Growing-Konzept eigentlich funktionieren soll. Grob gesagt wird hier nämlich folgendes getan, es werden Gelder von privaten Investoren eingesammelt, mit diesen werden dann solche Pflanzier angebaut, diese werden großgezogen und natürlich schlussendlich auch geerntet. Und mit der Ernte kann man dann verschiedene Dinge tun, im Regelfall wird man diese aber wahrscheinlich verkaufen und durch den Verkauf werden dann Gewinne erwirtschaftet, sowohl für den Investoren als auch für die Firma. Im Endeffekt ist also das hier, mit den Geldern von vielen kleinen Privatinvestoren eine Firma aufzubauen, um mit dieser dann am wachsenden Grünzeugmarkt zu profitieren. Doch wenn man vorhat, auf diesem Wege eine Firma aufzubauen und mit dieser auch nachhaltig Erfolg haben möchte, dann gibt es natürlich diverse Dinge, die man unbedingt einhalten und beachten sollte. Man benötigt zum Beispiel genügend Know-how, um einen vernünftigen Anbau gewährleisten zu können. Außerdem muss man richtlinienkonform und transparent genug arbeiten, um potenzielle Investoren von sich überzeugen zu können. Und schlussendlich benötigt man natürlich auch noch Vertriebswege, starke Partner oder einen vernünftigen eigenen Online-Shop, um die Ernte dann auch wirklich verkaufen und somit auch Gewinne erwirtschaften zu können. All diese Punkte wollen wir uns deswegen heute mal ein bisschen genauer anschauen, um herauszufinden, wie seriös die Firma wirklich arbeitet und ob es sich dementsprechend lohnen könnte, hier sein Geld zu investieren. Und da kommen wir auch direkt mal zum ersten Punkt und zwar den Kanagrow-Partnern. Von denen sind hier nämlich zwar vier Stück angegeben, was man aber wirklich von diesen halten soll, ist meiner Meinung nach wieder eine ganz andere Frage. Denn Osram ist zum Beispiel eine Firma, welche Leuchtmittel herstellt. Und es kann natürlich sehr gut sein, dass sie auch die Leuchtmittel hergestellt haben, welche schlussendlich in den Grow-Anlagen verwendet werden. Trotzdem ist das nicht unbedingt die Art Partner, die ich hier gerne gesehen hätte. Und das Gleiche gilt tatsächlich leider auch für die anderen drei Partner. So ist Montel zum Beispiel eine Firma, welche Indoor-Anbauanlagen herstellt. NR1-Team scheint nichts anderes zu tun, als Werbung für Kanagrow zu machen. Und Produktkenner ist auch nichts anderes als eine Seite, wo man seine Erfahrungen mit Webseiten bewerten und teilen kann. Also sowas wie zum Beispiel auch Trustpilot. Was hier aber mal wieder leider nicht angegeben wird, ist ein Partner, an den tatsächlich schlussendlich Ernte verkauft werden soll. Was meiner Meinung nach aber deutlich wichtiger gewesen wäre. Zum Thema Verkauf der Pflanzen und an wen verkauft wird, kommen wir aber auch im späteren Verlauf des Videos nochmal. Nun würde ich sagen, gucken wir uns als nächstes mal an, wer überhaupt hinter dieser Firma steckt. Und das sind in diesem Fall diese vier Leute hier. Stefan, Lewin und Severin am Weg und dann noch der Sascha Weschle. Und an denen habe ich ausnahmsweise mal wirklich gar nichts auszusetzen. Es sind hier nämlich zu allen drei Foundern verschiedene Social Media Plattformen verlinkt worden. Und vor allem die vom Lewin am Weg waren schon sehr aufschlussreich. Auf LinkedIn findet man zum Beispiel viele Informationen über seinen Werdegang und an welchen Firmen er beteiligt ist. Und sein Instagram Account ist sogar von Instagram verifiziert worden und hat natürlich auch Kanagrow in seiner Bio stehen. Hier ist man also schon mal deutlich besser aufgestellt als viele eGrowing Plattformen, die wir uns früher mal angeschaut haben. Aber dann gibt es natürlich noch einen weiteren wichtigen Punkt und zwar das Impressum. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann landen wir hier bei der Marketing Planet UG, Kupferdreherstraße 34 in Essen. Tatsächlich ist das aber nicht deren richtige Adresse. Hier steht nämlich auch vertreten durch Erik Leon Buchner, der natürlich keiner von diesen vier Leuten hier ist. Wenn man denn mal diesen Hinweis liest, findet man noch sehr schnell heraus, dass Kanagrow.org nur eine Informationsseite sein soll. Und die richtige Website eigentlich Kanagrow.com ist. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns die doch auch mal direkt an. Wenn man hier mal runter scrollt und auf Legal klickt, findet man auch direkt ein ganz anderes Impressum und wird zwischendurch aber auch auf die Kanagrow.com-Seite weitergeleitet. Hier sind wir dann nun aber auch richtig, denn die Firma, die tatsächlich hinter Kanagrow steht, ist die Kanagrow.com AG und befindet sich in Freienbach in der Schweiz. Und zu dieser ist dann hier tatsächlich sogar auch eine Handelsregisternummer angegeben, zu der ich aber eher gemischte Gefühle habe. Denn wenn man jetzt hier mal ins Handelsregister von der Schweizer Eidgenossenschaft schaut, dann findet man zwar diesen Eintrag. Hier steht aber zum Beispiel inaktiv und hier unten steht sogar, dass der Status im Handelsregister gelöscht ist. Und das, obwohl hier am 29.06.2022 anscheinend sogar noch eine Prüfung stattfand. Und zumindestens bei mir erweckt das irgendwie ein unangenehmes Gefühl, selbstverständlich bin ich aber auch kein Experte für Unternehmensrecht in der Schweiz. Und dementsprechend wollte ich das zwar kurz ansprechen, werde das aber nun erstmal nicht weiter bewerten. Was ich aber auf jeden Fall bewerten werde, und da kennt ihr mich wahrscheinlich schon, ist das folgende. Und zwar die endlosen Einkommensmöglichkeiten durch Affiliate-Marketing-Systeme. Denn sowas gibt es natürlich auch hier mal wieder, und das sogar bis in die siebte Ebene. Und so ein System ist natürlich nicht illegal, und das ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen. Ich halte davon aber bekanntermaßen trotzdem gar nichts, und das ist noch nicht mal direkt etwas gegen Affiliate-Marketing. Nur meiner Meinung nach würde es völlig ausreichen, wenn es hier zum Beispiel 5% Provision in der ersten Ebene gäbe, dann vielleicht noch 1% in der zweiten, aber dann sollte es eigentlich auch reichen. Alles, was dann noch weiter in die Tiefe geht, wird erstens, meiner Erfahrung nach, meistens von eher unseriösen Unternehmen genutzt. Und zweitens erweckt es auch einfach den Eindruck, dass man die Leute mit aller Kraft dazu kriegen möchte, irgendwie Werbung für das Ganze zu machen, und dabei vielleicht nur das Geld zu sehen und nicht so viel zu hinterfragen. Spätestens nach Juicyfields sollte jedem aber klar sein, dass hinterfragen genau das ist, was man bei solchen Seiten machen sollte. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir auch direkt mal weiter und schauen uns als nächstes mal die Verkaufsplattformen und somit natürlich auch die Preise und potenziellen Renditen an. Und tatsächlich erfährt man hier sogar bereits auf der Startseite sehr viele wichtige Dinge, zum Beispiel, dass die Anzahl der Pflanzen begrenzt ist und nicht wie zum Beispiel bei Juicyfields anscheinend unbegrenzt sein sollte. Außerdem steht hier auch direkt, wo die Pflanzen angebaut werden sollen und auch, wann der Anbau starten wird. Und der Ort hier befindet sich sogar in der Schweiz und nicht irgendwo auf einem ganz anderen Kontinent. Noch interessanter wird es dann aber, wenn wir hier mal runterscrollen, denn hier gibt es sogar Live-Kamerabilder von den Räumen, in denen die Pflanzen angebaut werden. Und wenn man dann außerdem nochmal hier auf den Punkt Standorte klicken würde, dann findet man nicht nur noch mehr Kamerabilder, sondern auch noch Adressen zu den einzelnen Anbauorten. Und einer der Orte soll zum Beispiel diese Halle hier sein. Und die Adressen habe ich auch nochmal überprüft. Dort stehen auch wirklich diese Hallen. Es werden hier auch Querschnitte angegeben und die passen auch zu den Hallen. Leider konnte ich aber keine Informationen dazu finden, dass die Halle sicher an CannaGrow vermietet wurde. Das Einzige, was man auf der Website von der Halle findet, ist die Info, dass die Halle überhaupt vermietet wurde. Alles in allem wirkt es also schon mal deutlich besser als bei den eGrowing-Plattformen, die wir uns bisher so angeschaut haben. Und zusätzlich wird dann auch noch andauernd von einem Tag der offenen Tür gesprochen und dass jederzeit Besichtigungen möglich sind. Und da das Ganze in der Schweiz liegt, kann es ja auch durchaus sein, dass sich unter meinen Zuschauern jemand befindet, der wirklich mal Zeit und Lust hat, einen der Orte zu besichtigen. Nun würde ich aber mal sagen, genug von drumherum und es wird langsam mal Zeit, dass wir uns anschauen, wie viel die Pflanzen denn überhaupt kosten, wie das mit der Ernte funktioniert und welche Renditen man denn eigentlich zu erwarten hat. Und dafür wechsle ich jetzt hier einmal auf den Punkt Pflanzenkauf und hier erwarten einen direkt altbekannte Informationen. Hier 45 Gramm, 70 Gramm, 75 Gramm, so viel hat man also an Ernte zu erwarten. Was aber neu ist, ist der Punkt Nebenkosten. Denn hier werden tatsächlich bei jeder Ernte 35 Euro Nebenkosten angerechnet. Und nicht nur das, es gibt hier sogar mal Informationen, wie sich diese Nebenkosten zusammensetzen sollen. Und ich bin nun natürlich kein Profi auf dem Gebiet und weiß auch nicht, wie man solche Pflanzen anbaut. Ich finde es aber sehr gut, dass es hier überhaupt diese Informationen gibt. Und zumindestens, wenn ich mir es jetzt mal mit meinem Leihenblick anschaue, wirkt das auch alles ziemlich nachvollziehbar. Im Endeffekt soll das Ganze dann also so funktionieren, dass man seine Ernte zum Beispiel verkaufen kann. Dann werden hier diese 35 Euro Nebenkosten abgezogen und von dem, was dann übrig bleibt, damit wird 50-50 gemacht. Du erhältst also 50 Prozent und die Firma also kann er grow die anderen 50 Prozent. Tatsächlich gibt es aber bei Canna Grow auch noch andere Möglichkeiten. Und man muss die Ernte gar nicht zwangsläufig verkaufen, sondern kann sich diese zum Beispiel auch an seine eigene Adresse liefern lassen. Und das ist tatsächlich ein ziemlich wichtiger Punkt. Und zwar nicht, weil ich mir vorstellen kann, dass sehr viele Leute ihre Ernte gerne zu Hause hätten. Sondern eher darum, dass dadurch sichergestellt wird, dass die Ernte überhaupt wirklich existiert. Denn bei Juicy Fields war es ja zum Beispiel immer ein großes Mysterium, ob die Pflanzen überhaupt wirklich existieren bzw. angebaut werden. Aber wenn Canna Grow hier nun anbietet, dass man sich die Ernte auch nach Hause liefern lassen kann, dann ist es hier natürlich deutlich unwahrscheinlicher, dass es hier auch der Fall sein könnte. Achso, und sollte man sich die Pflanze übrigens nach Hause liefern lassen wollen, dann braucht man genug Geld auf seinem Konto, um diese 35 Euro Nebenkosten natürlich trotzdem bezahlen zu können. Und dann steht dem Ganzen eigentlich auch nichts im Wege. Doch wie viel genau kostet nun eigentlich eine Pflanze? Und das sind tatsächlich sage und schreibe 2498 Euro. Und dementsprechend ist es natürlich umso interessanter, wie viel Gewinne bzw. welche Renditen man denn hiermit wirklich einstreichen kann. Und dafür gibt es hier einerseits diese Tabelle hier, denn da steht drin, wie ungefähr die Verkaufspreise von Canna Grow sind. Und ansonsten habe ich dann hier aber auch nochmal diese Tabelle erstellt, mit der wir nun ganz genau ausrechnen können, mit welchen Renditen man denn hier nun eigentlich rechnen kann. Und da fangen wir als erstes mal mit der zu erwartenden Mindestrendite an. Bei jeder Ernte hat man mindestens mit einem Ertrag von 45 Gramm zu rechnen. Und der niedrigste Verkaufspreis liegt laut dieser Tabelle hier bei 1,45 Euro pro Gramm. Die Nebenkosten bleiben bei 35 Euro und das bedeutet, dass man pro Ernte nach Nebenkosten und nach den 50%, also 15,13 Euro einfahren kann. Pro Jahr kann man dann mindestens mit 5 Ernten rechnen. Diese Info habe ich von dieser Website, wo von 5 bis maximal 6 Ernten pro Jahr gesprochen wird. Und damit kommt man dann auf Einnahmen von 75,63 Euro pro Jahr bzw. 6,30 Euro pro Monat oder eine Rendite von 3%. Und das ist natürlich wirklich nicht viel, denn das bedeutet auch, dass man 33 Jahre brauchen würde, um tatsächlich seine 2.500 Euro wieder drin zu haben. Dafür ist es aber natürlich auch nur die Mindestrendite und deswegen schauen wir uns jetzt nochmal die aktuelle Maximalrendite an. Der maximale Ernteertrag liegt bei 75 Gramm, der maximale Verkaufspreis liegt aktuell bei 2,35 Euro, denn es gibt hier zwar noch mehr, aber für all diese Dinge würden weitere Lizenzen benötigt werden, die aktuell noch nicht am Start sind. Deswegen gehe ich jetzt mal von diesen 2,35 Euro hier aus, denn die wären zumindestens möglich. Dann bezahlt man weiterhin 35 Euro Nebenkosten und kommt somit immerhin schon mal auf 70,63 Euro pro Ernte. Ernten kann man dann wiederum maximal 6 Mal pro Jahr und das bedeutet, dass man damit schon mal wenigstens auf 400 Euro pro Jahr kommt oder auf 35 Euro pro Monat und das wären dann wenigstens schon mal 17% Rendite pro Jahr und man würde auch nur noch knapp 6 Jahre brauchen, um seinen Preis wieder rauszuhaben. Das ist aber natürlich auch nur das aktuelle Best-Case-Szenario und deswegen ist das realistische, wahrscheinlich der Durchschnitt hier also 60 Gramm, da auch Mittelwert. Hier dann 5,5 Ernten pro Jahr und dann würden wir auf 18,10 Euro pro Monat, 217 Euro pro Jahr und somit auf ungefähr rund 9% Rendite pro Jahr kommen. Und das mag jetzt für einige vielleicht etwas wenig sein, wirkt auf mich aber deutlich realistischer als die absurden Renditen, die wir bisher bei anderen Crowdgrowing-Projekten gesehen haben, vor allem aber auch, weil hier wenigstens erklärt wird, wodurch die Firma ihren Gewinn macht und zum Beispiel auch die Nebenkosten mit einberechnet und aufgeschlüsselt werden. Ansonsten ist aber auch geplant, dass die Verkaufspreise in Zukunft noch steigen sollen. Diese Preise hier könnten zum Beispiel erreicht werden, wenn neue Lizenzen dazukommen und das hier wäre der B2C-Preis, also der Preis, der erreicht wird, wenn Sie dauerhaft Ihre Produkte selbst an Kunden verkaufen können. Und das machen Sie tatsächlich auch aktuell schon hier mit Ihrem eigenen Online-Shop und tatsächlich kann man in diesem Shop auch wirklich mal Produkte erwerben. Und die wirken zwar etwas teuer auf mich, ich habe aber auch nicht so viel Ahnung von CBD-Produkten, aber man kann sie hier zumindest in den Warenkorb bringen und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass man sie auch tatsächlich bestellen könnte. Nun bleibt aber natürlich trotzdem noch eine Frage übrig, und zwar was macht man, wenn man irgendwann keine Lust mehr auf Cannegro hat, aber diese 2500 Euro Pflanze gekauft hat, die ewig dort stehen bleibt und immer wieder erneuert wird. Und da soll es anscheinend einen Handelsplatz geben. Den konnte ich leider nicht sehen, der soll sich hier zwischen Your Plants und Storage befinden, also eigentlich hier, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einem der wahrscheinlich erst angezeigt wird, sobald man wirklich eine Pflanze gekauft hat. In diesem soll es dann möglich sein, seine Pflanzen auch innerhalb der Community weiter zu verkaufen, wenngleich hier aber auch mal wieder angegeben wird, dass Cannegro da dann tatsächlich nicht mehr beteiligt ist und auch keine Provisionen an diesem Weiterverkauf verdient. Und auch ansonsten gibt es hier anscheinend einiges zu beachten, denn einerseits können nur drei Sterne Pflanzen verkauft werden und ich habe leider nirgendwo Informationen gefunden, welche Pflanze man zum Beispiel hier überhaupt kaufen würde. Es gibt nämlich ein, zwei und drei Sterne Pflanzen. Und außerdem muss die Pflanze auch schon drei Wachstumszyklen hinter sich haben. Mit anderen Worten, man müsste die schon mindestens ungefähr sechs Monate lang besessen haben. Und dann kommt auch noch dazu, dass die aktuelle Ernte der Pflanze bei einem Verkauf verloren geht, man außerdem nur maximal eine Pflanze gleichzeitig verkaufen kann und Leute auch nur so viele Pflanzen von anderen Partnern kaufen können, wie sie auch bereits selbst bei Cannegro gekauft haben. Wenn du also zwei Pflanzen bei Cannegro gekauft hast, kannst du auch nur maximal zwei weitere Pflanzen über diesen Community-Marktplatz erwerben. Und da muss ich sagen, wirkt dieses ganze Prinzip schon etwas dubios auf mich. Den Punkt mit den drei Wachstumszyklen kann ich ja noch verstehen. So ist es zumindest nicht möglich, dass die Leute täglich die Pflanzen hin und her verkaufen und Cannegro im Hintergrund dauerhaft etwas umstellen muss. Aber vor allem dieser Punkt macht mich schon wirklich stutzig, denn immerhin hat Cannegro beim ersten Verkauf der Pflanze bereits Geld verdient und bei jeder Ernte verdienen sie ebenfalls wieder 50%. Und somit muss ich hier sagen, ich habe zwar gerade auch viel Gutes auf der Seite gefunden, aber das hier gehört auf jeden Fall nicht dazu. Ich würde aber nur noch sagen, ich habe erstmal genug über die Seite erzählt und es wird langsam mal Zeit für mein abschließendes Fazit. Bevor ich nun zu meinem Fazit komme, ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass alles, was ich bisher gesagt habe und auch das, was ich jetzt gleich sagen werde, natürlich nur meine Meinung ist und in keinster Weise irgendeine Finanzberatung oder Kaufempfehlung. Und nun bleibt natürlich die große Frage, würde ich persönlich mein Geld bei Cannegro investieren? Und tatsächlich ist diese Frage dieses Mal deutlich schwerer zu beantworten als bei den anderen Malen. Denn einerseits wirkt Cannegro auf mich bisher von all den E-Growing-Plattformen mit Abstand am seriösesten. Andererseits gibt es aber trotzdem noch ein paar Punkte, die mich hier wirklich stutzig machen und eher Red Flags sind. Zum einen ist dann natürlich mal wieder der Klassiker, denn auch hier wird wieder mit keinem Wort gesagt, an wen überhaupt verkauft wird. Das Einzige, was gesagt wird, ist, dass aus einem Teil der Ernten auch eigene Produkte entwickelt und verkauft werden, dass das aber auf keinen Fall die ganze Ernte ausmacht. Und ich komme wirklich auf keinen Grund, warum man seine Verkaufspartner nicht nennen sollte, wenn diese tatsächlich existieren. Und dann gibt es natürlich noch dieses System beim Verkaufen der Pflanzen, denn das wirkt auf mich einfach auch ziemlich unseriös und ich verstehe wirklich bei bestem Willen nicht, warum das so gestaltet wurde, wie es nun ist. Somit steht meine Meinung auf jeden Fall fest, Cannegro ist bisher wahrscheinlich das seriöseste Crowdfunding-Projekt, was ich gesehen habe. Trotzdem sind diese zwei Punkte einfach viel zu groß für mich und deswegen werde ich hier Stand jetzt auf jeden Fall auch kein Geld investieren. Soviel nun aber auch erstmal zu meiner Meinung. Schreibt mir unbedingt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Haltet ihr das Projekt vielleicht für gut oder vielleicht sogar für einen sicheren Scam? Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Und ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst liebend gerne ein Like und ein Abo da. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu Themen wie passiven Einkommen oder Crowdgrowing. Nun würde ich aber sagen, war es das auch erstmal für heute. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video.